Ich spreche wichtige Wörter auf Deutsch für euch aus. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Ich spreche wichtige Wörter für euch aus. Abonniert gerne den Kanal, ich würde mich sehr darüber freuen. Auf geht's! Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Gut, gut, schlecht, schlecht. Polizei, 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 die Polizei. Die Feuerwehr Der Krankenwagen Wo bist du? Wo bist du? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich muss zur Toilette. Ich muss zur Toilette. Gibt es hier Wasser? Gibt es hier Wasser? Ich möchte schlafen. Ich möchte schlafen. Sohn Der Sohn Die Tochter Die Tochter Der Mann Der Mann Die Frau Die Frau Die Mutter Die Mutter Der Vater Der Vater Der Vater Der Vater Das Kind Das Kind Die Oma Die Oma. Der Opa. Der Opa. Die Heimat. Die Heimat. Das Land. Das Land. Ende. Das war es für heute. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018